Musik So sehr liebt uns Gott, wie er sandte seinen Sohn, den Herrn Jesus Christus zu uns auch nie mehr. Wenn du an ihm glaubst, dann wirst du nicht verloren. Nein, dann wirst du ewig mit ihm leben. Musik Gott wurde ein Mensch und wohnte unter uns. Vor der Herrlichkeit, Herrlichkeit des Vaters, der ihn aufgab und an seinen Namen glaubte, ihm gab er die Macht, sein Kind zu werden. Das gilt auch noch heute, Gott steht vor der Tür. Er kommt an und wartet, dass du endlich möchtest. Und wenn du ihn einlässt, wird er zu dir kommen. Er wird bleiben und ein Freude fest begeht. Er wird bleiben und ein Freude festgelegt. Er wird bleiben und ein Freude festgelegt. Er wird bleiben und ein Freude festgelegt. Vielen Dank.